Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie nun selbst Ressourcen als offene Bildungsressourcen zur Verfügung stellen können. Gehen wir davon aus, Sie haben eine großartige Skizze mit Erklärungen angefertigt und möchten diese veröffentlichen. Sie können Ihr Werk lizenzieren, indem Sie es mit einer CC-Lizenz Ihrer Wahl kennzeichnen. Diese Kennzeichnung kann so einfach sein wie ein kurzer Text, der die Lizenz in einem Urheberrechtshinweis angibt. Oder so komplex wie das Einbetten der Lizenzinformationen auf Ihrer Website mit dem HTML-Code, der mit der jeweiligen Lizenz verknüpft ist. Den passenden HTML-Code finden Sie auf der Website von Creative Commons. Sie können eine Online-Plattform verwenden und, falls das möglich ist, dort die entsprechende Lizenzangabe machen. Zenodo ist zum Beispiel für Open Science Ressourcen gedacht. Dort können Sie Ihre offene Bildungsressourcen veröffentlichen. Vielleicht können Sie Ihre Ressource auch in einem Archiv für offene Bildungsressourcen veröffentlichen, wenn Ihnen ein solches Angebot zur Verfügung steht. Leider gibt es jedoch nicht überall und für jedes Thema und jede Person eine geeignete Möglichkeit, offene Bildungsressourcen zu veröffentlichen. Hier muss man häufig noch kreativ sein. Damit Ihre offene Bildungsressource dann später auch gefunden werden kann, ist es wichtig, dass Sie auch entsprechende Informationen dazu schreiben, also passende sogenannte Metadaten. Und vielleicht teilen Sie die Webadresse zur neuen offenen Bildungsressourcen auch gleich mit potenziell Interessierten in Ihrem Online-Netzwerk. Untertitelung.zu Untertitelung.zu Vielen Dank.